Herzlich willkommen zu MTV Crips. Es ist ein bisschen dunkel, jetzt mal gucken, wann es wieder heller wird. Wir sind hier mit ein paar Amazon-Dudes auf Malta und haben uns eine kleine, feine Butze rausgelassen. Und das ist eine unglaublich schöne Villa. Ich führe euch mal ein bisschen rum. Wir werden natürlich die ganze Zeit nur arbeiten. Aber mal gucken, ob man hier ein bisschen was sieht. Versuche euch mal ein bisschen hier rumzufühlen. Wir haben ja unglaublich viele Schlafzimmer, Badezimmer. Ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer wir hier haben. Aber wir haben einige Zimmer. Das Inserat findet man auf jeden Fall auf Airbnb. Ich haue die Links auf jeden Fall in die Shownotes, wollte ich gerade schon sagen. Aber es gibt da keine Shownotes. Es gibt ja nur Kommentare. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich habe meine Drohne endlich wieder mit dabei. Und werden nachher auch wieder mal noch ein paar richtig geile Videos schießen. Und jetzt fahren wir mal runter in den 0. Stock, ins Erdgeschoss. Und werden dann gleich hier euch noch die untere Ebene zeigen. Hier unten gibt es noch einen kleinen Fernseher. Einen riesen Raum. Ich glaube, hier unten kann ich nicht groß filmen. Hier unten ist noch Jacuzzi und Sauna und so weiter. Noch eine kleine Bar. Und noch ein gefühltes Dutzend an weiteren Schlafzimmern. Ein bisschen Immortal-One-Style. Das ist mega geil. Zum Ende. Gym. Gym. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020